Hi, ich bin Holin und ich bin Zweila und das ist Ai-Holin. Ja, ich stehe heute mal auf der linken Seite. Warum eigentlich? Damit es nicht immer so langweilig ist. Ach so. Ja, Claudin hat mal wieder Blödsinn angestellt. Aber wann, wie, wo, was, wie und wo und keine Ahnung, das seht ihr im Clip. Viel Spaß. Boah, scheiße. Die Matheaufgaben sind voll schwer. Ich muss das im Internet googeln oder den Taschenrechner benutzen, aber so, dass der Lehrer nichts merkt. Hoffentlich geht alles gut. Verdammte Scheiße, ey. Ja, Claudin hat mal wieder nicht gelernt. Oh, Mann. Sie ist ja voll doof. Hauptsache erstmal kiffen und mit bösen Jungs abhängen, aber zum Lernen ist sie zu doof. Beleidige meine Schwesterlich. Aber du hast recht. Ja, zum Lernen ist sie einfach zu blöd. Naja, wie dem auch sei. Da fällt mir gerade was ein. Was denn? Wir müssen noch für Physik lernen. Scheiße, ich hab nicht gelernt. Oh, nein. Und morgen schreiben wir die Arbeit. Stattdessen machen wir hier die Wemschung. Oh, Scheiße. Wir müssen sofort lernen. Oh. Wo willst du hin? Ich mein, wir sind doch noch gerade mit der Wemschung. Ach so, ja, äh. Äh, ja, wir müssen jetzt lernen. Man sieht es. Paulin! Äh? Äh? Paulin, bitte! Ja, äh. Jetzt bin ich durcheinander. Was wollte ich denn eigentlich gerade sagen? Keine Ahnung, aber wir müssen noch lernen. Was ist denn das Thema in Physik? Magnetismus. Du Scheiße. Ich weiß gar nichts außer Magnete. Also, also dass man die, also dass die magnetisch sind und so. Ja. Ja. Mehr muss man darüber auch nicht wissen, oder doch? Ja, muss man. Du Scheiße. Oh, das hab ich gerade nicht gesagt. Nein. Du hast es doch gerade gesagt. Halt die Schnauze zweier. Okay. Ja, äh. Das war's erstmal für ein Holin und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wünscht uns Glück für die Physikarbeit. Ja. Man sieht sich. Tschüssi. Oh, ich hasse Physik. Oh, ich hasse Physik. Wir sehen uns beim nächsten Mal. No. Vielen Dank.